Angie Kerber bei mir. Angie, vorgestern gegen Venice Williams gewonnen. Ganz starkes Match gespielt. Heute nach starker Leistung, harten Kampf gegen Lina verloren. Wie ist dein Fazit von der Woche? Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Turnier von mir. Ich meine, das Highlight war auf jeden Fall der Sieg vorgestern gegen Venice Williams. Aber heute war es auch ein gutes Match. Aber die Nali hat sehr gut gespielt und ich denke verdient gewonnen. Aber im Allgemeinen war es eine gute Woche und ich freue mich jetzt auf Rom. Wie sind deine Eindrücke von der Blauen Asche? Das ist ein sehr großes Thema hier in der Players' Lounge und überhaupt auf dem Turnier. Aber ich denke, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Die ersten Einheiten auf der Blauen Asche waren anders. Ein bisschen komisch, aber ich denke, ich habe mich gut damit zurechtgefunden. Und wir werden sehen, ob wir die Blaue Asche wiedersehen werden. Angie, vielen Dank und viel Glück in Rom nächste Woche. Danke. Ciao.